Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Tom & Jerry Tales. Im letzten Bad haben wir hier in diesem Level ordentlich verkackt. Ich hab's jetzt offscreen mal ein bisschen nachgespielt, sag ich. Jetzt kann's hier mal weitergehen. Oh yeah. So. Da das Spiel an manchen Stellen doch relativ gemein ist, sag ich. Jetzt mal doch ein bisschen unfair. Hab ich mal mir die Freiheit genommen. Ich will ja ehrlich zu euch sein. Was ist denn das, die Küche? Könnte das die Küche sein? Ach, das Kinderzimmer. Das sollte ein Schnuller sein oder sowas. Ah. Ich will mal ehrlich zu euch sein, sag ich. Jetzt mal bin natürlich, äh, war da mal so frei und hab mir, ähm, Safe States erlaubt. Drücke den B-Knopf. Gott, was war jetzt nochmal der B-Knopf? Um auf eine Flasche zu springen. Wenn Tom eine Grimasse zieht, drücke die Knöpfe der Reihe nach, um ihn fertig zu machen. Haha, das hast du gedacht. Aua, das hat weh getan. Bams. Das Weiße ins Gesicht. Das magst du. So, jawoll. Immer schön das Weiße ins Gesicht. Sehr gut. Ja, geil. Schmeckt's. Was ist das eigentlich? Babycreme. Au, das hat weh getan. So, immer schön das Weiße rein. So. So, ja, wunderbar. Und tschüss. Äh, ist immer ein bisschen schwierig bei mir, weil ich halt nicht genau weiß, wo meine Tastenbelegung ist. Aber da ist das Spiel wenigstens ein bisschen human. So, Mann. Da haben wir hier schön die Sahne ins Gesicht. Okay, weiter kann's hier gehen. Jetzt haben wir die ganzen Käse. Man kennt es ja mittlerweile. So. Zack. 25 Stück Käse. Ja, das könnte ein Gouda sein, oder? Das könnte ein Gouda sein. Ist das Gouda? Ich glaube, das ist ein Gouda. Ah! Okay, hier vorsichtig. Jawoll. So. Aha. Hüpp, besser. Ui. So. Hüpp. Hüpp. Oh, wow. Jetzt wird das Spiel aber richtig gemein. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Uah! Okay. So. Ich glaube, ich habe hier noch... Bisschen Käse übersehen wahrscheinlich. Nein, nicht mal. Habe ich keinen Käse übersehen. Auch gut. So. Einfach vorsichtig immer hier so rüber. Genau. So. Was haben wir hier? Hüpp, besser. Okay. Das sieht mir sehr nach richtigem Weg aus. Das aber auch. Das ist ein Stück Käse. Hüpp. Okay. Also weit kann er natürlich nicht springen. Immer schön vorsichtig. Ui. Das war knapp. So. Hier. Genau. Aha. So. Aha. Hier unten durch einfach. Hüpp. Hüpp. Okay. Ja, da ist er wieder hier. Der Tom. Ja. Greicht er wieder mit seinen Bratzen durch. Sehr gut. Zack. Hey. Zack. Hüpp, Wasser. Hüpp. Hüpp. Ah, das hat mir getan. Da habe ich zu spät die Mausefalle gesehen. Oh je. Hüpp. Ui. Ah, ja. Zum Glück habe ich genau hier den Safe-Set gesetzt. Hüpp. 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 Ja. Jawoll. Der Safe-State sei mir erlaubt. Aua, das hat weh getan. Das hat, das hat. Wow. Really? Really? Da unten ist dann gleich Wasser. Okay. Alles klar. Also so ein bisschen an Fairness, da muss das Spiel echt noch so ein bisschen. Wow. Da muss das Spiel noch so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Arbeiten. So. Aber gut, was gibt es da noch zu arbeiten? Das Spiel ist uralt. Aber schön. Es ist immer noch ein schönes Spiel, finde ich. Einfach wenn man, äh... Äh, nein, ich will nicht zurück zum Start. Ich habe hier hundertprozentig irgendwo was übersehen. Wow. Ich habe irgendwo ein Stück Käse übersehen. Ernsthaft jetzt? Und wo habe ich den übersehen? Hier nicht. Okay. Ich kann zurück zum Anfang. Ich habe irgendwo ein Stück Käse übersehen. Aber wo? Wo hatte ich das jetzt übersehen? Na. Geh da rüber. Hüpp. Sehr schön. Ja. Ja, das hast du gedacht, gell? Das hast du mich aber fast dran gekriegt. Aber nur fast. Hier ist nichts. Wow. Wow. So. Und so. Hey. Ja, komm schon. Okay. Und hoch da. Ui. Wieder knappe Kiste hierher. Immer ein bisschen aufpassen hier. Ich will nicht, dass... Ich hier irgendwo... Unnütz-Schaden-Fress. Hüpp, wasser? Jopp. Okay, kurz warten. Jopp. 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 Ui, 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 ui. Hupp. Aua. Ja, ich wollte nachschauen, ob da was ist. Weil es sah echt danach aus, als ob da was wäre. Zack. Ist hier noch irgendwo was? Das scha... Wow. Wurde denn der mich jetzt noch getroffen? Nein. Hier ist sonst nichts mehr. So, ganz vorsichtig. Von da komme ich. Schau mal, hier ist ein Stück. Hüpp. Ich glaube, das ist das Stück Käse, das mir gefehlt hat. Kann das sein? Kann das sein? Hüi, hui, hui. Leben am Limit. Fast in eine Mausefallerein. Und man muss bedenken, ich habe nur noch ein einziges Herz. Ein Leben. Deswegen sage ich ja, das ist hier, hier. Leben am Limit. Zack. Ganz vorsichtig. Zack. Jopp. Und hier wieder rüber. Zack. Na, da bewacht er wieder den Käse hier. Ja. Ja. Zack. Zack. Hüi. Zack. Wupp. Okay, ganz vorsichtig. Ja. Okay. Knappe Kiste. Okay, hier muss man wieder. Hier muss wieder ein. Ja. Safe State ran. Na. Jetzt hat. Hüi. 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 Und zack. Jawohl. Hüi. Hüi. Also wenn man das auf dem Gameboy spielt, dann. Äh. Tut mir die Person, die das auf dem Gameboy spielt, echt leid. Das dann so ohne Safe State durch. Die Person tut mir leid. Weil da hat man mal so ein gutes Gefühl, weiß, dass man es schafft. Aber dann schafft man es doch nicht. Nimm die Kisten auseinander und kitzle Toms Füße. Mit dem A-Knopf kannst du Gegenstände aufheben und benutzen. Okay. Ja, noch geht's dir gut. Ach, damit kitzelt man. Ähm. Ähm. Hä? Ach, ich glaube, das kapiere ich. Na. So, ich brauche so eine... Zack. Aha. Alles klar. Jetzt habe ich kapiert. Reißzwecke nehmen. Warten bis wieder... Da. Zack. Ja. Mal ein bisschen kitzeln hier. Kille, Kille. Dip, 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 dip. Ähm. Ja. Mach die auf. Also irgendwie... Das funktioniert gerade sehr, sehr gut. Auch die Laufanimation von... Von Cherry funktioniert wirklich einwandfrei. D, dip, 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 dip. Da. Zack. Sag mir, wie oft muss ich das machen? Tom hat irgendwie kein Leben. D, dip, 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 dip. D, dip, 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 dip. D, dip, 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 dip. Zack. Das war gemein. Da war gar nicht das drin, was ich wollte. Hä? Muss ich jetzt dann den Wecker abfangen vielleicht? Nein. Einfach nur weiter kitzeln. Sage mal. Wie oft denn noch? Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Dip. Dip, 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 dip. Zack. Jawohl. Ich habe das Gefühl, ich muss das unendlich oft machen. Weil er auch nicht angezeigt wird, wie oft. Dip, 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 dip. 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 Schau doch mal, ob ich vielleicht die... ...den Wecker abfangen muss. Kann nicht sein, dass ich den so oft kitzeln muss. Vor allem da hat er keine Anzeige, wie oft ich das machen muss. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Ja. Das muss ich aber einige Male machen. Zack. Na, wo bleiben meine Reißwecken? Da. Reißwecken. Okay, ich kann den Wecker gar nicht abfangen. Du. Dip, 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 dip. Du. 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 Na, Kitzlin. Das nimmt und nimmt kein Ende. Das nimmt und nimmt kein Ende. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas in diesem Spiel nicht richtig geladen hat. Und deswegen Tom unendlich KP hat. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme. Wow, man musste das wirklich so oft machen. Wow. Das tut aber weh hier. Mit dem Hammer einfach mal auf dem Fuß drauf. Wow, das musste man wirklich so oft machen. Ei, 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 ei. Okay. Hier ist nichts, da ist nichts. Okay. So. Okay, hier haben wir Käse. Sehr schön. Okay. Ganz vorsichtig. Zack. Was hast du gedacht, Tom? Einmal hier hoch. Okay. Ich gehe... Okay, hier sehe ich nichts. Da oben ist nichts. Da oben ist nichts. Aber die Musik. Ich kann es nicht oft genug sagen, meine Freunde. Die Musik. Einmal hier. Ah, da ist wieder so ein Stück. Das will ich doch haben. Hier. Schau dir das mal an. Zack. Jawohl. Ah, schau mal an. Da hätte ich jetzt beinahe ein Stück Käse vergessen. Äh, ist da noch was? Ne, da ist nichts. Okay. 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 Hier kann ich aber auch noch lang. Bevor ich mich da porte. Weil dann komme ich wahrscheinlich an das... Oh, blablabla. Habe ich mir doch gedacht, an das Stück da hier ran. Was ist denn das da drüben? Du. Du, 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 du. Okay. Hihup. Oh, wow. Das wird jetzt... Au, das hat wehgetan. Das kann mir doch keiner erzählen, dass da unten nicht irgendwas ist. Hihup. Aber da ist tatsächlich nichts. Okay. Zack. Ja, wunderbar, Rex. Hihup. Oh Gott, das ist gemein. Hihup. Da ist einmal der... Wow, du triffst mich hier. Du kommst doch gar nicht so weit. Hier ist sonst nichts. Hihup. So, vorsichtig sein. Was ist das? Ach, das soll nur... Ach so, das soll das Ende vom Seil sein. Der Knoten. Okay. Also, komme ich da nicht hoch, oder? Hihup. Ja, doch. Okay. Aber ich glaube, das sollte nicht so gemacht werden. Okay. Einmal so. So. Nein, das sollte definitiv nicht so gemacht werden. Aber es funktioniert. So, ganz vorsichtig. Dich. Hihup. Hihup. So. Hihup. Zack. Zack. Jawohl. So, dann haben wir hier jetzt mal alles. Vier Stück fehlen uns noch. Oh je. Oh je. Sehr schön. Wow. Ähm. Hier mal ganz, ganz vorsichtig. Zack, zack. Häppchenweise. Hihup. Hihup. Okay. So. Zack, zack. Okay. Okay. Hier mal ganz runter. Und. Okay. Hier ist nichts mehr. Okay. Ein Käse fehlt mir noch. Ein einziger. Wow. Okay. Ganz vorsichtig. Da ist er. Und hier muss dann irgendwo das Ziel sein. Da ist nochmal der Tom. Der alte Schellen. Wow. Really. Ich weiß schon, warum ich hier Safe States mache. Ja. Okay. Wow. Okay. Aber ganz vorsichtig. Ist ja nicht so, als ob ich die Safe States nonstop abusen will. Am besten Willen nicht. Eigentlich will ich sie ja so selten wie möglich hernehmen. Deswegen. Jawohl. Und da haben wir es auch schon geschafft. Ja wunderbar. Rutsche und springe über den Fußboden im Badezimmer. Verwendet den B-Knopf zum Springen und den A-Knopf zum Rutschen. Ich würde nur sagen, meine Freunde, das machen wir beim nächsten Mal. Oh yeah. Wir sind anscheinend in der Küche angekommen. Äh halt. Da steht es ja im Badezimmer. Wir sind im Badezimmer angekommen. Und dort können wir hier beim nächsten Mal in Ottenstelle weitermachen. Also gut Leute, das war dein Let's Bade Tom und Cherry Tales für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.